Und das ist, dass alles um dich, was du als Leben nennen willst, von Menschen gemacht wurde, die nicht smarter als du. Erstmal ist es ein sehr komplexes Thema. Ich denke auch, dass jeder dazu natürlich seine eigene Meinung hat. Und das sollte er auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte in dem Video einfach mal meine Meinung zum Thema mitteilen. Denn ja, ich habe in der gleichen Situation, denke ich, gesteckt, wie viele zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch, die das Video gerade sehen, die zurzeit studieren oder demnächst vor, um es zu studieren, sich nicht sinnvoll sind. Ist das das Richtige für mich? Was soll ich eigentlich studieren, wenn ich sowieso weiß, dass ich irgendwie mein eigenes Unternehmen gründen möchte? Und ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen weiterhelfen kann und so ein bisschen, ja, damals meine Einstellung zum Thema mitteilen kann und dazu auch dann, wie sie sich verändert hat und ob es dann auch die richtige Entscheidung war, dass ich damals mein Studium abgebrochen habe. Erstmal, bevor wir ins Thema starten, möchte ich dir ein bisschen die Story dahinter erzählen. Also, wieso habe ich angefangen zu studieren? Was? Wieso habe ich abgebrochen? Wie war das Ganze damals? Ja, so, ganz am Anfang war es so, ich wusste vor circa zwei Jahren jetzt schon fast, dass ich unternehmerisch tätig sein werden möchte. Ja, da habe ich die ersten Bücher angefangen zu lesen, das war vor zwei Jahren an Weihnachten, da habe ich die bekommen und dann habe ich da auch angefangen zu lesen und wusste schon ziemlich, okay, das ist so das, worauf ich richtig Lust habe, das möchte ich wirklich machen und wusste, dass das wirklich das Ziel so ein bisschen in meinem Leben ist, mir da was Eigenes aufzubauen. Und dann, ja, stand ich vor der Entscheidung dann auch dann anderthalb Jahre, also vor anderthalb Jahren jetzt, was ich studieren soll und habe mich dann an einer privaten Uni eingeschrieben, wo ich dann Marketingmanagement studieren wollte. So wird das ausgesprochen. Ja, mein Ziel hinter diesem Studium war ganz, ganz klar, sozusagen am besten die unternehmerische Karriere zu unterstützen. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, was kann dir oder was für Inhalt bringt dir am meisten, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest. Und dann dachte ich so, ja, Marketing ist super, ja, Management ist super und das hat auch noch einen schönen schweren oder einen großen BWL-Schwerpunkt. Und ich dachte, das ist ja auch immer super, wenn man, ja, sich was Eigenes aufbauen möchte oder allgemein über Unternehmen lernen möchte. Und deswegen, ja, habe ich mit dem Studium dann angefangen. Das Ganze ging dann so circa drei, vier Monate, drei Monate eher. Und dann wurde das immer ein bisschen unregelmäßiger, dann bin ich immer weniger hingegangen. Und dann letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze abzubrechen. Ja, es war eine private Uni, das hatte auch einen Sinn, denn, ja, mir war es oder mir kam es so vor, dass dort, oder es wurde halt so vermarktet, dass dort sehr gute Dozenten sind, die alle praktische Erfahrung haben, aus Betrieben kommen, super Inhalte mitteilen können. Es war auch richtig teuer, also man muss dazu mal sagen, das hat im Monat 400 Euro gekostet. Da habe ich ganz, ganz schön viel Geld mit verloren. Also da auch nochmal ein schwerer Stich ins Herz letztendlich zu der Zeit. Man hatte halt nicht so viel Geld und das hat man komplett für sowas letztendlich auch hingehauen, obwohl man halt nichts daraus mitgenommen hat. Und also ein sehr, sehr großes Thema, was damals auch bei mir so, ja, oft, ja, schwer im Magen lag und dann immer halt mit diesem im Hinterkopf, okay, ist es das Richtige, was ich machen soll oder ist es das Ganze nicht. Und letztendlich habe ich mich dann entschlossen, das Ganze abzubrechen und halt so ein bisschen, ja, mir einen kleinen Test oder einen kleinen Test dahinter zu sehen, wie ist es eigentlich, wenn ich das Ganze jetzt erstmal ausprobiere und mich selbstständig mache. Und das war so der erste große, große Punkt. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich bin nicht von vorne hin hingegangen, habe gesagt, komm, du brichst das ab, du wirst nie wieder studieren, das Studium ist schlecht, sondern ich habe mir einfach gesagt, okay, du siehst das Ganze als Test. Du testest jetzt sechs Monate, ein Jahr aus, wie ist das überhaupt, selbstständig zu sein? Schaffst du das, deine eigenen Projekte hochzuziehen? Und so weiter. Also ich habe mich wirklich in so eine kleine Testsituation gebracht, natürlich auch gut unter Druck gesetzt, dadurch, dass man halt keinen wirklichen Studiumabschluss hat. Da hat man natürlich auch einen relativ starken Druck dann, weil du musst ja performen, du musst ja Geld verdienen im Endeffekt, du musst ja wirklich was schaffen, was kreieren, damit du dann auch irgendwie davon leben kannst. Und deswegen war es für mich wirklich ganz, ganz genau die richtige Entscheidung. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Erstmal zum ganzen Punkt oder zur Frage, ob man studieren soll oder ob man nicht studieren soll. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz klar von der jeweiligen Person abhängig und je nachdem, was du erstmal machen möchtest. Das heißt, ich würde definitiv anfangen zu studieren, denn ich finde, es gibt immer nichts Schlimmeres, als eine Meinung über was zu haben, von der man nicht wirklich eine Ahnung hat. Das heißt, wenn ich niemals angefangen hätte zu studieren, dann könnte ich jetzt nicht sagen, dass mir das nicht wirklich weitergeholfen hat, dass das das Falsche für mich war letztendlich. Dann wäre das alles nur Spekulation gewesen. Aber da ich angefangen habe, gesehen habe und wirklich ausprobiert habe, okay, das Studium ist nicht das, was mir wirklich Spaß macht, damit komme ich wirklich nicht an das Ziel, was ich letztendlich habe, mein eigenes Unternehmen zu bauen und so weiter, kann ich jetzt oder konnte ich dann aus meiner praktischen Erfahrung sagen, okay, das ist wirklich nichts für mich. Das heißt, wenn ich noch gar nicht angefangen habe zu studieren, dann würde ich auch hier definitiv nicht sagen, okay, fang nicht an, sondern teste das auf jeden Fall aus. Das ist der erste große Punkt. Du musst für dich persönlich herausfinden, ob das was für dich ist, ob dir das was bringt und ob du das machen möchtest. Das heißt, erstmal würde ich auf jeden Fall anfangen zu studieren und was ich dazu auch noch wichtig finde, ist mittlerweile, dass man sich spezialisieren sollte. Das heißt, man sieht ja immer wieder, dass Leute, die sich selbstständig machen, dann BWL studieren, Marketingmanagement. Jetzt bei mir war es schon ein bisschen spezieller. Es hatte ja auch diesen Hintergrund, dass ich halt Marketing sehr interessant fand und mir gedacht habe, ein reines BWL-Studium ist vielleicht nicht so sinnvoll. Aber ich finde so einen komplett sehr allgemeinen BWL-Studiengang dafür dann schon mal direkt das Falsche. Das heißt, ich würde mir so ein bisschen was Spezielleres aussuchen, wo du vielleicht auch so eine Leidenschaft drin hast, wo du denkst, dass dir das am besten weiterhelfen könnte. Das heißt, wenn du schon zum Beispiel immer gerne Fotos, Videos oder sowas gemacht hast, dann würde ich in die Richtung gehen, obwohl du weißt, dass du später dein eigenes Unternehmen haben möchtest. Denn dieser Skill, den du dir dadurch aneignest, den kannst du noch wahnsinnig ausbauen und der wird dir noch später bei ganz, ganz vielen Dingen helfen. Das merke ich jetzt immer noch bei mir. Ich habe mich früher zum Beispiel hobbymäßig ganz, ganz viel mit Videoschnitt, Fotos und so weiter beschäftigt. Und das hilft mir zum Beispiel jetzt perfekt hier bei den ganzen YouTube-Videos und bei anderen Themen, wenn es darum geht, Videos für meine Brands zu machen und so weiter. Da kenne ich mich einfach super aus und da hilft einem dieses spezielle Fachwissen, was man halt früher hatte. Das heißt, ich bin Fan davon, sehr speziell ein spezifisches Fachthema, wenn zu studieren und nicht etwas sehr Allgemeines. Denn das oder das, was ich dort für Erfahrungen habe, war sehr, 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 sehr oberflächlich und definitiv nicht mehr Zeit gebracht, Zeit angebracht. Und wie gesagt, wenn du dann zum Beispiel merkst, dein Studium, was du jetzt gerade hast, das erfüllt dich nicht wirklich, das ist wirklich überhaupt nicht das, was du machen möchtest, dann würde ich definitiv auch nicht direkt sagen, okay, ich werde nie wieder studieren, ich werde nie wieder irgendwie eine Ausbildung machen oder Sonstiges, sondern ich würde es definitiv als Test sehen. Das heißt, ich würde mir ein halbes Jahr einen kleinen Timer setzen und in diesem halben Jahr würde ich mir sagen, okay, in diesem Zeitraum probierst du es. Wenn du bis dahin nicht das und das erreicht hast, dann fängst du an zu studieren und ziehst es 100% durch. Also wirklich mit so einem Zeitraum rechnen, einem wirklichen Ziel, wenn das Ziel erreicht wird, dann werde ich mich weiter oder werde ich mich erstmal weiter auf die Selbstständigkeit fokussieren. Wenn ich es nicht erreiche, dann würde ich auf jeden Fall wieder anfangen zu studieren, denn es bringt dir auch nichts, drei, vier Jahre dann letztendlich irgendwie in deinen eigenen Sachen tätig zu sein, ohne dass es Erfolg oder auch irgendwie mal ein bisschen Profit abwirft, das Ganze. Oder man muss ja auch irgendwann davon leben können und sollte natürlich auch davon leben. Das heißt, hier würde ich das Ganze, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, als kleinen Test sehen, sodass du dann eigentlich immer schnell zurückgehen kannst. Denn man muss einfach mal so sehen, wenn ich ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht verliere und dann später mit meinem Studium fertig bin, das ist im Endeffekt nichts. Also das ist wirklich einfach überhaupt nichts. Du verlierst dir in der Zeit auch einfach keine Zeit, sondern du investierst die Zeit super, super sinnvoll. Du wirst unglaublich viel lernen in der Zeit. Also was ich allein im letzten anderthalb oder im letzten Jahr, anderthalb Jahren gelernt habe, das ist unglaublich. Ich glaube, das würde man in fünf Jahren Studium nicht lernen und auch nicht in zehn Jahren. Also es ist wirklich Wissen, was man eigentlich nicht bekommt in einer normalen Universität oder in einer normalen Schulungseinrichtung. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig, was man da auch für Wissen halt mitnimmt aus seinen eigenen Erfahrungen dann. Und das ist so dieser Schritt, wie ich da rangehen würde. Jetzt aber nochmal ein bisschen zum Schulsystem. Wieso fand ich das Ganze nicht so gut und was finde ich daran einfach nicht mehr Zeit angebracht? Also ist es halt so, wir hatten zum Beispiel verschiedene, erstmal möchte ich mit den Dozenten starten. Das soll jetzt auch nicht böse gemeint sein gegen irgendeinen Dozenten. Es gibt bestimmt wahnsinnig gute Dozenten. Bei mir war das Ganze nicht zu 100 Prozent der Fall. Da möchte ich auch wieder zwei Beispiele bringen. Wir hatten einmal einen Präsentationsworkshop, so ein bisschen, der ging drei, vier Tage lang. Da habe ich unglaublich viel gelernt über das Präsentieren, über das freie Sprechen und so weiter. Und es war auch eine Dozentin, die tatsächlich nichts anderes macht, als Präsentationen vorzubereiten und andere Leute da zu schulen. Das heißt, sie hatte super, super praktische Erfahrungen. Sie hat ganz viele Präsentationen erstellt, gemacht. Sie konnte super gut vortragen. Das heißt, sie hat wirklich das gelebt, was sie uns beigebracht hat damals. Und ich konnte ganz, ganz viel von mitnehmen. Und dann gibt es wieder Dozenten, die haben irgendwo mal so ein bisschen praktisch, oder die haben halt natürlich nicht mal irgendwo kurz was praktisch gelernt, sondern die haben das natürlich eventuell natürlich auch studiert. Die haben ja ganz viel Wissen. Das ist auch super. Die haben ganz viel theoretisches Wissen. Und das Wort theoretisch ist hier, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht praktisches Wissen. Und ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, von Leuten etwas zu lernen, oder ich höre auch nicht gerne Leuten zu, die nichts praktisch umsetzen und einfach nur aus theoretischem, angelesenem, angegucktem Wissen reden. Denn das, denke ich, ist der falsche Ansatz. Und von solchen Menschen möchte man eigentlich nicht unbedingt lernen, weil die Theorie ist was komplett anderes als die Praxis. Das ist immer so in jedem Bereich. Das heißt, ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass man halt wirklich Lehrer dann hat oder Dozenten, die das auch praktisch machen, was sie dir beibringen. Und dort auch in der richtigen Welle und im richtigen Zeitalter reiten. Und das ist auch der nächste wichtige Punkt. Ganz, ganz viel oder eigentlich sogar alles, was ich gelernt habe in dieser Zeit über Marketing, über BWL, ist komplett veraltet. Ich hatte oder ich würde es so einschätzen, dass die Unis circa fünf Jahre mindestens dem Lehrstoff, also dieser aktuellen Zeit, hier hinterherhängen und nicht auf diesem Level sind. Das heißt, man lernt Dinge, die vielleicht vor fünf Jahren wichtig waren, die vor fünf Jahren auch funktioniert hätten. Aber zum Beispiel im Marketingbereich, das ändert sich so schnell. Das ändert sich von Monat zu Monat zu Monat. Es kommt eine neue Plattform wie Snapchat, Instagram, Facebook. Diese ganzen Plattformen, diese riesen Social-Media-Plattformen, über die eigentlich heutzutage alles an Marketing fast betrieben wird, wird überhaupt, oder darauf würde überhaupt nicht eingegangen werden im Studium. Und das ist wahnsinnig traurig. Und ich denke, dass einfach diesem schnellen Speed, dieser Entwicklung der aktuellen Wirtschaft und der aktuellen Technologie das Schulsystem nicht hinterherkommt. Das heißt, es ist eigentlich relativ logisch, dass wir dort nicht praxisnah wirklich lernen können. Und deswegen denke ich, ist das auch so ein bisschen dieser falsche Ansatz, wenn wir, sage ich mal, in gewissen Themen wie im Marketingbereich, im Unternehmertum, immer viel lernen wollen und auf dieser aktuellen Welle reiten wollen. Da muss man einfach praktisch sein. Man muss alles selber ausprobieren. Das ist der erste riesige Punkt, den man in einer Uni eigentlich auch nie tut. Man macht eigentlich kaum was praktisch, sondern nur theoretisch. Und der andere Punkt ist, dass man es selber natürlich auch praktisch umsetzen muss. Es bringt dir nichts, drei Jahre irgendwas zu lernen, auch da in der Uni umzusetzen und nicht selber dein eigenes Business zu starten und da deine praktische Erfahrung zu sammeln. Und das muss man, denke ich, aber tun, um darin wirklich auch gut zu werden. Das heißt, ich wollte dann wirklich diesen Weg gehen, okay, die Theorie, die kannst du durch Bücher anlesen oder zu speziellen Bereichen findest du eigentlich heutzutage alles im Internet. und ich lerne lieber von Leuten, die wirklich praktisch in diesem Business tätig sind. Das ist auch so was, was ich letztens noch mal von Gary Vaynerchuk wieder in so einer Keynote mitgenommen habe. Da hat er genau das gleiche gesagt. Da wurde die Frage gestellt, ist es sinnvoll zu studieren, wenn ich im Marketing bei großen Agenturen arbeiten möchte, bei großen Arbeitgebern und so weiter. Und da hat er ganz, ganz klar gesagt, was ich wirklich 100% unterstreichen kann. Nein. Er hat dazu noch gesagt, dass selbst an den besten Unis der Welt werden Dinge gelernt, die nicht funktionieren, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und deswegen hat er gesagt, man soll sich lieber auf Social-Media-Kanälen, auf Content-Plattformen wie YouTube-Podcasts, wirklich das von den Liedern der Industrie, wie Gary Vaynerchuk im Marketing oder anderen sehr erfolgreichen Personen anschauen und von denen lernt. Denn dann reitet man mit der Welle mit, ist im aktuellen Zeitraum und weiß wirklich, was in dieser Welt abgeht. Und das, was halt in der Schule gelehrt wird, ist halt einfach nicht zeitgemäß und nicht dieser Moment, in dem wir gerade leben, in dem wir aber tätig sein müssen, um halt ganz, ganz vorne immer mit dabei zu sein. Und deswegen da schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder ein sehr, sehr wichtiger Schritt, sich wirklich dann immer nur mit praktischen Leuten zu umgeben und mit praktischem Wissen auch zu vernetzen und das auch umzusetzen. Und also das dahinter ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Ganze aus diesem Blickwinkel zu sehen. Und was ich dazu auch denke, dass in der Zukunft oder auch jetzt schon, wirkliche mittelständige Unternehmen, riesige Firmen, also wirklich riesige Konzerne, aber auch Agenturen immer mehr darauf achten, und dass die Leute wirklich praktische Erfahrungen haben und nicht nur theoretisches Wissen. Darauf würde ich zum Beispiel immer achten, wenn ich irgendjemanden einstelle oder jemanden suche, dann ist es mir komplett scheißegal, was der für einen Schulabschluss hat, was der für Noten hat, was der irgendwie für Zeugnisse, Urkunden hat oder Sonstiges, sondern was er praktisch gemacht hat, was für Erfahrungen er hat, was er umgesetzt hat und wie gut er wirklich in dem Bereich ist. Und das ist, denke ich, auch der richtige Ansatz, den einige Unternehmen schon fahren. Ich kenne zum Beispiel viele auch, die sind schon oder sind schon ältere Unternehmer und achten wirklich darauf, dass halt diese Erfahrung da ist, also nicht unbedingt Erfahrung, aber dieser Skill wirklich dahinter und denen ist es auch eigentlich komplett egal, was für Noten dahinter stehen oder was für Abschlüsse, denn es ist halt einfach so, es bringt ja nichts, jemanden zu haben, der drei Masterabschlüsse in irgendeinem Bereich hat, letztendlich als Unternehmer, aber nicht weiß, wie man richtig mit Kunden telefoniert oder mit Menschen umgeht. Das ist einfach so und das ist einfach so confused, dass sowas halt nicht an Universitäten halt zum Beispiel gelernt wird und einfach die wirklich wichtigen Dinge man praktisch lernt und auch, denke ich, halt in der Zukunft und auch jetzt schon viele große Firmen halt nicht mehr darauf achten, okay, was für Studieabschlüsse sind hier vorhanden, sondern was kann die Person? Das heißt, ich würde immer darauf achten, wenn ich was anfange zu studieren oder generell im Leben mache, was lerne ich daraus für mich persönlich und das war auch mein Ansatz damals. Also ich habe mir nicht gedacht, okay, ich mache das Ganze für den Abschluss, sondern ich mache das eigentlich für mich, für mein Wissen, was ich daraus ziehe und das war halt nicht vorhanden oder das war einfach nicht dem zweckgemäß, dem Zeitaufwand, den man da reinsteckt. Das heißt, man war dann, oder ich war ja dann drei, vier Monate dort in dieser Universität und ich hatte halt im Prinzip ein Buch lesen können und hätte mehr gewusst als in dieser Zeit, wo ich wirklich täglich fünf bis acht Stunden in der Universität war und das ist halt wahnsinnig krass und mir war es damals so, dass das halt einfach Zeitverschwendung ist für mich. Also man hätte das natürlich so machen können, aber dann würde ich jetzt drei Jahre hinter mir herhängen. Das heißt, ich wäre in drei Jahren fertig, könnte dann erst anfangen, das wirklich zu 100 Prozent umzusetzen, was ich mir vorgestellt habe, meine Vision und das wollte ich nicht verpassen. Ich wollte keine drei Jahre verschwenden, sondern ich wollte jetzt anfangen, jetzt umsetzen und jetzt vorankommen und das war mir wichtig und deswegen habe ich mir diese Testzeit genommen und habe mir gesagt, okay, du probierst es sechs bis zwölf Monate, wenn du das und das nicht erreichst, dann kannst du wieder zurück und das war sozusagen mein Ansatz dahinter und ja, da muss man aber auch nochmal ganz klar zu sagen, dass es bei mir der Fall war, dass ich unternehmerisch tätig werden müsste. Ich wusste genau, dass ich ein Business, ein Unternehmen aufbauen möchte. Wenn ich jetzt im Design, eine Designagentur haben möchte, wenn ich Produktdesigner werden möchte, wenn ich Programmierer werden möchte, obwohl selbst da habe ich vom sehr guten Kumpel auch ein paar Erfahrungen bekommen. Darüber möchte ich gleich noch reden. Also wenn ich wirklich sehr, sehr spezialisiert im Bereich werden möchte, ja, dann sehe ich ein Studium schon sinnvoller an. Ob es wirklich 100% sinnvoll ist, hängt dann natürlich auch von der Person zu Person ab. Ja, viele können es einfach nicht oder müssen sich erstmal daran gewöhnen, selbstständig zu lernen, weil das ist nicht einfach. Ja, man hat nicht jemanden, der einem Aufgaben gibt, einem wird nichts erzählt, sondern man muss sich selber alles zusammensuchen und selber für das lernen, was man möchte. Und das klappt meiner Erfahrung eigentlich immer, wenn es wirklich die Leidenschaft ist und wirklich das, was man machen möchte. Aber es ist was, was man nicht machen möchte, ist es auch schwer, dafür selber zu lernen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich eine wahnsinnige Leidenschaft im Videoschnitt hast, im Videofilm, dann kann man da sich eigentlich viel, viel mehr selber beibringen und dort würde dir eigentlich auch das Studium nicht helfen. Also wirklich einfach null. Bestes Beispiel dafür, Casey Neistat, der nie eine Filmschule besucht hat und einer der besten YouTuber, der erfolgreichsten YouTuber in der heutigen Zeit ist und einfach ein perfektes Erfolgsbeispiel hier wieder für diesen Bereich ist und dass man selbst eigentlich in so spezialisierten Dingen nicht unbedingt das Studium braucht. Ich denke aber, dass es dort definitiv schon mal sinnvoller ist, um so einen schönen Überblick zu bekommen und die groben Dinge zu lernen. Zum Beispiel, du lernst genau, wie Schneideprogramme funktionieren und so weiter. Das wird dir natürlich auch im Internet beigebracht, aber dann musst du natürlich auch der Typ dafür sein, der sich das Ganze selber beibringt und sich selber da wirklich acht Stunden am Tag hinsetzt und sich Videos anschaut und das dann auch in der Praxis umsetzt. Wenn man das natürlich so machen kann und wenn man der Typ dahinter ist, dann ist das definitiv auch wieder der schnellere Weg zu lernen und voranzukommen und ich denke, man sollte immer, wie gesagt, an sein Human Capital denken, also an sich selber, sich alleine im Wert zu erhöhen, mehr Wissen, wenn man mehr weiß, wenn man mehr praktisch kann, dann ist man automatisch mehr Wert auf dem Marktplatz und je mehr Wert du bist, desto schneller bekommst du auch wieder einen Job und desto höher wirst du dort auch eventuell bezahlt, falls dein Projekt halt wie gesagt nicht klappen sollte, was du vorhast umzusetzen. Das heißt, das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den ich dahinter sehe und meiner Meinung nach ist halt ein Studium in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht und definitiv, ja, viel am Platz, muss man halt ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung dazu. Jeder hat da, denke ich, auch eine andere Meinung, aber das ist halt meine persönliche Meinung, dass wenn man wirklich weiß, was man möchte, wenn man gewollt ist, das zu erreichen, dieses Feuer hat und wirklich starten möchte, dann ist das Studium der falsche Ansatz. Da kann man persönlich viel, viel schneller und viel, viel besser und besser vorankommen und mehr lernen. Wenn man natürlich jetzt in so einer Situation ist, was denke ich auch viele sind, die studieren gerade, sind vielleicht oder sind jetzt seit einem halben Jahr, seit einem Jahr dabei und denen macht es keinen Spaß und sie wollen unternehmerisch tätig werden, dann würde ich jetzt niemandem wirklich raten, okay, du brichst das Studium jetzt direkt ab und fängst selber an. Sondern ich denke, hier wäre der richtige Ansatz, nebenbei, neben dem Studium anzufangen und auch erstmal auszutesten, ob das Unternehmertum was für einen ist. Das ist auch der Punkt. Testen, testen, testen. Was ist das, was mir Spaß macht, was ich machen möchte, woran ich vorankommen möchte. Das heißt, du kannst ja gar nicht sagen, wenn du studierst und noch nie irgendwie ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt hast, dass das wirklich das ist, was du möchtest. Das heißt, hier würde ich das neben dem Studium anfangen und wenn du merkst, wow, das fängt an gut zu laufen, wenn ich hier jetzt mehr Zeit investiere, dann kann das richtig exponentiell wachsen und durch die Decke gehen. Und das würde ich dann halt in diesem Punkt halt machen, sobald man merkt, das läuft wirklich richtig gut, man kommt richtig gut voran, dann würde ich hier diesen Schritt gehen und dann das Studium dann abbrechen. Aber nicht einfach, ohne einen Plan zu haben, einfach sagen, okay, Schule, das war's, mache ich nicht mehr weiter und einfach was anderes zu machen, sondern hier ganz, ganz klar nebenbei das anzufangen. Das habe ich damals auch so gemacht. Ich habe nebenbei schon die ersten Projekte, wollte den Energy Drink auf den Markt bringen, wollte einen Müsli-Store in Hannover eröffnen und so weiter. Also ganz, ganz viele Projekte, die ich angefangen habe und da habe ich halt gemerkt, wow, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das Feuer, was es in mir auslöst, wo ich wirklich täglich deswegen konnte ich dann halt diese Entscheidung fällen, weil ich wusste, okay, das ist wirklich das, was du machen möchtest. Aber ich habe es halt nebenbei beides zusammen getestet, ohne einfach zu sagen, ohne einen Plan, du hörst einfach auf und machst das. Das heißt, ein Plan sollte da sein, es sollten auch schon Erfolge sein, das heißt, sobald du dann mehr Zeit reinsteckst, das Ganze vorankommt und nach vorne geht. So, das jetzt zum ganzen Thema Studium. Ich denke, dass noch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die mir damals auch viel gebracht hat, das war ein einjähriges Praktikum, was ich gemacht habe, beim Unternehmen, was mir oder wo mir der Chef, mein Mentor so ein bisschen, sehr, sehr viel beigebracht hat und das ist, denke ich, auch so ein ganz, ganz interessanter Ansatz und wichtiger Ansatz, dass man sich halt auch Menschen sucht oder Unternehmen, in denen man vielleicht als Praktikant ein halbes Jahr kostenlos dann arbeitet, zusätzlich in der Zeit. Das heißt, man hört auf in dem Studium und arbeitet als Praktikant, dort, wo man halt oder von der Person, die man lernen möchte. Das heißt, wenn ich hier oder in der Nähe einen wahnsinnigen Visionär habe, der richtig ein großes Unternehmen hat, sich aufgebaut hat, dann würde ich super gerne für den Arbeiten, also in der damaligen Situation und halt von ihm ganz, ganz viel lernen und nebenbei meine eigenen Sachen machen. So machst du gleichzeitig das, was sozusagen deine Leidenschaft ist. Du möchtest unternehmerisch tätig werden, kannst wirklich live von dieser Person lernen und machst nebenbei deine eigenen Projekte und kannst immer, wenn du möchtest, sagen, okay, ich möchte jetzt mich voll auf meine Sachen fokussieren und so weiter. Und ich denke, praktisch in so einem Unternehmen, wo man dann wirklich ganz, ganz nah mit dem, mit seinem Mentor zusammenarbeiten kann, in Anführungsstrichen. Das ist sozusagen die beste Lösung und wo man am meisten rausziehen kann. Meine Methode dahinter ist immer so ein bisschen schwierig, sich über einen Mentor zu suchen. Wenn du jemanden fragst, hey, möchtest du mein Mentor sein? Der wird das nicht verstehen und dir wahrscheinlich Nein sagen. Ich finde es immer ganz cool, seinen eigenen Erfolg sprechen zu lassen. Das heißt, wenn du den ersten Erfolg mit deinem Business hast, mit deinen ersten 2000 Euro, dir was aufgebaut hast, dann sind eher Menschen von dir begeistert, wenn die dich kennenlernen und sind fasziniert von dir und dann wollen die automatisch, dass du bei ihnen arbeitest und würden sofort Ja sagen, okay, hey, fang sofort an. Ich sehe, du bist ein Macher, du fängst an und du möchtest was durchziehen und das ist, denke ich, so dieses Reverse oder dieser andere Ansatz, also nicht zu fragen, sondern seinen Erfolg dafür sprechen zu lassen und dass die Leute dann fast auf einen selber zukommen und es einem letztendlich hinterhergeworfen wird, dann mit ihnen zu arbeiten. Ja, das zu dem Video. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Hier mal ein bisschen meine persönliche Meinung zu dem Studium. Macht es Sinn? Und so weiter. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen bei deinen Entscheidungen, bei deiner Zukunft, was du machen möchtest und ich wünsche dir dafür, dass den besten Erfolg, das bestmögliche Glück, dass du da deine richtigen Entscheidungen triffst, dass du super vorankommst und dass du bei den Dingen erfolgreich wirst, die du dir im Leben voranimmst. Das heißt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann.